Achtung, die Arme schön am Körper lassen, jawohl, genau, jetzt ist es schon richtig langsam, jetzt durchziehen, festhalten, schön festhalten, genau, jawohl, dann nehmen wir die Arme ein bisschen hübsch, und noch ein kleines bisschen, jetzt wird es schön ruhig, und zwei geben, anbremsen nochmal, anbremsen, jawohl, rechte Bremse, rechte Bremse, rechte Bremse mehr, rechte Bremse mehr, rechte Bremse mehr, und Rettungsgerät, schmeißt das Rettungsgerät, Rettungsgerät, schmeißt das Rettungsgerät, David, Rettung, genau, jawohl, jetzt versuchen wir rechts zu ziehen, mit allen Kraften, mit allen Kraften, mit allen Kraften, die du hast, recht. Okay, dann müssen wir erst mal den D-Agen weiter holen, vielleicht braucht der Fahrrad noch hin, wahrscheinlich nicht, dann fliegt sie uns einfach zum kleinen Landeplatz, leider ohne Manöver. Das war's.